Ja, aber es gibt nicht nur bei der Tombola einiges zu gewinnen, es gibt auch bei den Rennen selbst vieles zu gewinnen aufgrund der Jackpots. Und ein großer Jackpot steht jetzt ins Haus, da treibt sich Jackpots über 5000 Eulen und Waldfahrer. Wir haben ja da drinnen, Alex, schon ein bisschen im Rahmen der Super 6-WC besprochen, jetzt geht es aber um die 3er-WC, wie würdest du sie anlegen? Ja, ich vertraue, dass es alles klappt. Wir haben ja schon besprochen, dass wir jetzt den ersten Band, und Ribery sollte auch gut ins Rennen bringen, dieser 2-3-1-2-3.